Und ich glaube, das ist so ein Ding. Mit dem Imposter-Syndrom kommt so dieser faszinierende Punkt, an dem wir alle denken, jetzt darf man nicht mehr fragen, das müsste man jetzt wissen. So, Motivation. Es ist ja dieses interessante Phänomen, dass alle Menschen immer denken, dass alle anderen Menschen motivierter sind als sie. Oder die meisten, sagen wir, die meisten Menschen denken, dass andere Menschen motivierter sind als sie. Die meisten Menschen denken auch, dass alle ihre Kollegen ihre Arbeit pünktlicher machen als sie. Können wir gerne eine Umfrage zu machen, dann machen wir mal häufiger. Warte, nee, ich habe gelernt, ich muss immer erst erklären, wie die Umfrage geht, sonst haben die Leute schon direkt die Finger auf den Sachen. So, Umfrage. Plus, ja, ich habe ein Problem mit Motivation und gehe davon aus, dass andere weniger Probleme mit Motivation haben als ich. Plus, minus, ja, ich habe ein Problem mit Motivation, aber ich gehe nicht davon aus, dass andere weniger Probleme damit haben als ich. Minus, ich habe kein Problem mit der Motivation. Und einfach ehrlich antworten, so, ne, was euer Bauchgefühl sagt. Weil das ist ja jetzt das Interessante. Keine Angst, normalerweise holt der Bot dann nach einem Moment, holt er uns ein. Ja, da ist er. Dann nochmal der Hinweis, danke an den Code-Geflüster-Channel. Die haben diesen Bot unter anderem gebaut. Ohne euch, Jungs, würde das alles wesentlich weniger geil hier aussehen. Es gäbe den Hauge-Bot nicht und so. Im Discord helfen die auch ganz viel mit. Mega, mega cool. Ich überlege schon eine ganze Weile nach coolen... Wir haben ein paar... Ja, wir haben ein paar Ideen. Ich habe ein paar Ideen. So, äh, da wollte ich eigentlich nur sagen, ihr könnt auch euren Vote ändern. Wenn ihr mit... Oh, ich habe was falsch verstanden. Hauge, du musst den Vote nochmal starten. Dann kann ich sagen, kein Problem. Ich habe dich, Balthazar. Einfach nochmal abstimmen. Und sind mehr Leute, als ich dachte, auf jeden Fall, die sagen, ja. So, 141 Leute haben teilgenommen. 44% sagen, ja, doch, ich glaube schon, dass ich ein Problem mit Motivation. Ich glaube, andere haben das weniger als ich. 47,5% sagen, ich habe ein Problem mit Motivation, aber ich glaube, das haben alle. Und nur 8,5% sagen, ich habe kein Problem mit der Motivation. Ha, spannend. Also, mein Eindruck ist immer, das ist ja auch so eine Mischung mit dem Imposter-Syndrom. Sagt das allen was? Muss ich eh erklären. Imposter-Syndrom heißt, dass man das Gefühl hat, dass man eigentlich nichts kann. Dass man quasi... Was ist die beste Übersetzung? Helf mir mal, schnell eine Übersetzung. Äh, Hochstapler. Imposter ist ein Hochstapler. Jemand, der so tut, als ob er was ist oder kann, was er nicht ist oder nicht kann. Das bedeutet, zum Beispiel, in meinem Fall habe ich, als ich gerade so, als ich in der Game-One-Zeit, als ich da war und dann irgendwie so überlegt habe, hm, was ist denn, wenn ich mal einen anderen Job machen will? Ich kann ja gar nichts. So. Da war ich TV-Redakteur seit 3, 4 Jahren und ich konnte auch keine Brote backen und kein, kein, keine Ahnung, kein Dach restaurieren, so. Aber war ja nicht so, dass ich gar nichts konnte. Ich hatte schon irgendwie Wissen. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist so spezifisch, was ich hier mache. Und die meiste Zeit mache ich viel zu wenig davon und ich bin noch nicht gut genug da drin und so. Ich hatte immer so die Idee, irgendwann kommt jemand dahinter, dass ich eigentlich gar nichts kann, so. Und es ist, glaube ich, in den Medien sehr verbreitet. Ich kann, andere Branchen kann ich da wenig so, ne, weil ich kann ja über meine eigene Branche am meisten Aussagen, also am besten Aussagen machen. Das ist immer so eine ganz interessante Idee. Ich war schon in Betrieben mit irgendwie 15 Leuten Belegschaft und alle 15 gingen davon aus, dass irgendwann die anderen dahinter kommen, dass sie alle gar nichts können. So, oder ich habe jetzt einen Kumpel, der hat ein Jobangebot von einer Firma bekommen, so, weil er irgendwie qualifiziert ist und Ahnung von dem hat, was er macht. Und er meint, ah, ich kann das doch alles gar nicht, was die von mir wollen. Alter, warum haben die dir denn den Job angeboten, wenn du das alles angeblich gar nicht kannst? Aber meinst du nicht, dass Mindset abhängig ist? Ja. Also vielleicht verstehe ich deinen Einwurf nicht ganz, weil, hä, logisch, wir reden ja über Mindset. Wobei ich natürlich auch mal sagen muss, das ist alles Mindset, ist natürlich auch immer so eine gerne, so eine, so eine Erklärung für alles. Aber logisch, wir reden ja direkt von einem Mindset. Also, meinst du nicht, das hat was mit Gedanken zu tun? Ja, das hat was mit Gedanken zu tun. So, jedenfalls, ähm, ist bei Motivation ganz krass. Ich habe, irgendwann habe ich meinen guten Kumpel Christian getroffen. Den habe ich in New York kennengelernt. Auch Deutscher ist vor Jahren in die USA ausgewandelt, ist Journalist in den USA. So, und der macht, keine Ahnung, super krasse Sachen, schreibt Artikel für die Times und so. Und wenn man so jemanden trifft, denkt man immer, okay, da sitzt der Typ, der immer dann, wenn ich rumhänge und meinen Classic-Charakter-Level in Wirklichkeit arbeitet. So. Und dann haben wir da auch so drüber geredet und so. Und Christian und ich, manchmal in seinem Leben, glaube ich, das kennen wir alle, oder hoffe ich, dass ihr das auch mal erlebt habt, trifft man Menschen, zu denen man sofort so eine krasse Verbindung spürt. Und Christian war so der Mensch, glaube ich, den ich so in meinem Leben getroffen habe, wo ich noch so schnell, so krass war ich noch nie mit irgendwem connected. Also wir haben uns da drei Tage gesehen und ich würde jetzt schon, Christian ist einer meiner allerbesten Freunde. So. Obwohl wir uns wirklich drei Tage in unserem Leben gesehen haben, das war damals auch Empfehlung von Eva, Eva Schulz. Da habe ich zufällig mit Eva geschrieben, sie ist ja auch befreundet. Eva habe ich ja, zwangsbefreundet. Eva habe ich einfach geschrieben, Eva übrigens, ich finde dich richtig cool, wir sind jetzt Freunde. Ob du willst und nicht. So. Zum Glück wollte sie. Und dann waren wir halt Freunde und dann hat Eva gesagt, ey, wenn du in New York bist, ich habe einen Kumpel in New York, den musst du treffen, ist der Hammer. Und das war Christian. So. Und ich war halt vier Tage in New York, fünf Tage in New York und davon eigentlich 90 Prozent deshalb mit Christian abgehangen. So. Jedenfalls, der hat dann da auch drüber geredet und hat gesagt, ey, das habe ich so oft, der Großteil meiner Arbeit gebe ich immer alles auf den letzten Drücker ab. So, weil ich mich einfach nicht motivieren kann oder weil ich keine Lust habe oder weil ich das alles auf die lange Bank schiebe, obwohl ich nicht sollte. Und er meinte auch, ich rede mir immer ein, das wäre bei anderen Leuten anders. Und das ist natürlich so ein Quatsch. Das ist so ein unglaublicher Quatsch. Weil wir alle haben oft keinen Bock. Ich glaube, wenn alle öfter darüber reden würden, dass die meisten Tätigkeiten mehr so Learning by Doing sind, würde auch dieser Imposter Syndrome weniger werden. Das betrifft ja quasi alle Tätigkeiten, für die es keine explizite Berufsausbildung gibt. Man fuchst sich halt rein und was zählt, ist das zu können. Ich würde sogar sagen, das geht sogar noch weiter, also ich stimme dir zu und ich würde sagen, es geht sogar noch weiter, als nur die Dinge, für die es keine explizite Berufsausbildung gibt. Also, so Kumpels von mir, die halt wirklich, keine Ahnung, ich habe einen Kumpel, der ist Tischler und der sagt, ey, das habe ich genauso. Selbst als ich aus der Lehre kam, hatte ich das Gefühl, ey, ich kann gar nichts. So. Und dann dauerte das bei mir halt eine Weile, bis ich an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ey. So, ich kann was und ich habe jetzt genug gelernt. Jeder Betrieb ist anders, das ist immer spezifisch, was man macht. Also, du wirst ja auch nicht, keine Ahnung, Krankenschwester und jedes Krankenhaus ist gleich. So, oder, keine Ahnung, Krankenpfleger, jedes Krankenhaus ist gleich. Sagt der Daniel-Kruger-Effekt was? Ja, sagt mir was. Ist ja auch mittlerweile zum fliegenden Wort geworden, ne? So geht es mir auch nach viereinhalb Jahren Konditorin. Ich glaube, das Wichtige ist, dass, was bei mir einfach doll geholfen hat, ist manchmal, mich daran zu erinnern, wer? Wer genau? Wer ist diese imaginäre Figur in deinem Kopf, die das in Frage stellt und bei der das zum Problem werden könnte, dass du nicht 100% genau weißt, wie was funktioniert? Denn über Jahre habe ich wirklich, ich habe Jobangebote, also freiberuflich Sachen abgelehnt, weil ich dachte, ich kann das nicht. So. Ich weiß, als zum Beispiel der Sayonara Heimat, als das Angebot kam. Für diesen Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich habe keine Audio-Podcast-Erfahrung. Auch alleine als Producer was machen und so. Das habe ich doch alles noch nie gemacht. Was ist, wenn das schief geht und so. Und im Endeffekt, wenn das schief geht, fragst du halt. Dann schreibst du da oder rufst da einmal an und sagst, ey, ich sitze hier gerade und muss die Grafik machen. Ich bin mir gar nicht sicher, welches Format ihr braucht. Oder weiß ich nicht. Dann frag Leute, die das wissen. So. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Mit dem Imposter-Syndrom kommt so dieser faszinierende Punkt, an dem wir alle denken, jetzt darf man nicht mehr fragen. Das müsste man jetzt wissen. Habe ich schon mal gemacht, dieses KKO-Beispiel. Irgendwann hatte Stefan Rath mal, als irgendwie TV-Total noch lief und so auf der Höhe war, wo ganz viel so TV-Clips waren. Und da war eine Kochsendung. Und da war ein relativ renommierter Koch. Und der hat immer wieder gesagt, einmal bitte den KKO hier rüber. Er meinte halt Kakao. Können Sie mir den KKO mal geben? Ich bräuchte den KKO mal hier drüben. So. Und der war dann in einem Interview da, als dann irgendwie dieser Clip kam und so. Und der hat gesagt, und so lustig das erstmal klang, weil ich da wirklich auch was draus gelernt habe. Der hat halt gesagt, ey, ich habe das einfach immer so gesagt. Ich war wahrscheinlich, als ich das erste Mal das öffentlich gesagt habe, schon in einer Rolle in meiner Küche, in der ich so hoch in der Hierarchie war, dass niemand mehr in Frage gestellt hat, was ich sage. Und ich war mir nicht sicher, wie man es spricht. Ich habe es halt einfach Kakao ausgesprochen, weil man es so schreibt. Und das hat einfach nie jemand in Frage gestellt. Und ich habe auch nie jemanden gefragt, weil ich dachte, kommt ganz schön dumm, wenn man jemanden fragt. Wie spricht man denn Kakao aus? So. Und das hält einen so doll vom Lernen ab und macht ja auch so unmöglich. Also das macht diesen Imposter-Effekt ja erst möglich. Dass man denkt, oh, ich darf das nicht fragen, dann kriege ich Probleme. Ich sage mal, in einem gewissen Maße auch sinnvoll, ne? Wenn ich, würde ich jetzt, Shoutout an Varion. Der macht immer, macht ja so ganz viel so Sketche in die Richtung. Wenn ich jetzt mein Auto abgebe in der Werkstatt, ne? Und ich möchte, dass sie die Reifen da draufziehen. Und der fragt mich erstmal, wie viel Reifen hat er denn? Oder so, ne? Dann würde ich auch sagen, ah, gibt's so Sachen, wäre schon gut, wenn du die weißt. Geht mir bis heute mit Oregano oder Oregano, so. Mein Gott, sprichst du einfach aus, wie du möchtest. Ich glaube, gerade in Deutschland fehlt für dieses Learning by Doing auch eine Fehlerkultur, wo Fehler ausprobieren etc. okay sind. Und ich kann nur sagen, also aus dem bisschen, was ich jetzt so aus dem irgendwie, diesem bisschen mehr als einem Jahr Japan mitgenommen hat, das ist in Japan noch viel krasser. Scheitern ist überhaupt keine Option in Japan. Wenn irgendwas schief geht, gibt's die Option, so tun, als wäre es nicht schief gegangen. Oder du hast dein Gesicht verloren. So. Dann ist es vorbei. Du hast das so schlimm in den Sand gesetzt, das kann man dir nicht mehr verzeihen, die Nummer ist durch. Als zum Beispiel der, der damals der Abgasskandal war, da musste, wer was, der Toyota-Chef oder so, muss dann Kniefall vor der Kamera und seinen Posten aufgeben. Weil man kann nichts draus lernen. Das ist so, wo man zugeben muss und dann ist es vorbei. Ansonsten lieber nicht zugeben, nicht scheitern. Scheitern geht nicht. Ohne Scheitern hat ja doch keiner Schnürsenkelbinden gelernt. Ey, schade, müssten wir eigentlich mit Niklas mal drüber reden. Das ist halt mega spannend, weil mir auch irgendwann aufgefallen ist, wie selten man Leute trifft, die wirtschaftlich mal mit einer Unternehmung gescheitert sind. Niklas hat ja vor Bonn war schon mal eine Firma gegründet und das hat halt nicht funktioniert. Die Firma ist halt pleite gegangen und dann hat er halt einfach die geschlossen und gesagt, ey, ich bin nicht ruiniert, ich mache jetzt was Neues. So. Hat nicht funktioniert. Und das ist was, das in Deutschland ja auch so, auch so einen Fadenbeigeschmack hat. Wo man denkt, uuuh, das hat nicht funktioniert, wer weiß, ob man mit dem nochmal arbeiten sollte. So, ei, 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 und so. Wusste ich gar nicht, was war das denn. Habe ich auch vergessen. Niklas hat mir das mal erzählt. Ich wusste das auch ganz lange gar nicht. Er hat mir irgendwann mal erzählt, dass er halt davor irgendein Unternehmen hatte und das hat nicht geklappt. Wenn ich Probleme mit dem Verständnis habe, dann frage ich und erkläre auch immer mit, warte, ich blätter eben ein, das ist nicht so, vorlese. Erklär aber auch immer mit, was ich bisher nicht verstanden habe und wo die Probleme liegen. Ich habe keine Probleme mit den Fragen, weil ich immer glaube, dass ich keine dummen Fragen stelle. Hm. Also, mir fällt das manchmal schon schwer. Ich finde zum Beispiel Julia, Julia Oetken, eine gute Freundin von mir. Julia, die kann das. Die stellt einfach eine Frage. So, und das ist was, was ich richtig respektiere. Wenn man so egobefreit ist, dass man einfach sagen kann, du, weiß ich gerade nicht. So. Da saßen wir irgendwie in Münster an einem Tisch und dann wurde irgendwie über was Historisches geredet. Und ich muss auch zugeben, ich wusste das auch nicht. Irgendjemand hat dann so ein Thema angeschnitten und hat so, ja, wie damals als das und das. Und dann sitzt man da so und so, ja, 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 genau, ha, 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 ha. Und so, ich muss mal aufs Klo schnell googeln. So. Und die war einfach so, nee, weiß ich nicht, kannst du mal erklären. So. Und das finde ich mega gut. Wenn jemand das einfach so kann, sagen kann, ey, fuck it, ich frage einfach. Ich habe in meinem Bachelor, äh, in einem Labor mit einem chinesischen Studenten gearbeitet. Er wollte nie was fragen, weil er dachte, das darf man nicht. Krass. Ich muss gestehen, ich habe selten mit, äh, chinesischen Kollegen zusammengearbeitet. Ich hatte in der Uni, war ganz viel, ich wusste nicht. Also kann sein, dass es Mentalität ist, vielleicht war das auch einfach eher. Leute sagen manchmal, es gibt keine dummen Fragen. Also. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt, glaube ich. Das war neunte und neunte Schrägstrich zehnte Klasse Realschule. Ich war in der neunten in der Realschule und die Hauptschule endete damals nach der neunten Klasse. So, und dann hatten wir einen Kurs mit den neun Klässlern der Hauptschule zusammen und den Leuten, die in der zehnten von der Realschule abgingen. So, und in dieser zehnten Klasse der Realschule. Das war irgendwie so eine letzte Stunde mit diesem Lehrer. Also, end kurz gesagt, wir saßen alle zusammen in einem Raum. Verschiedene Leute aus verschiedenen Klassen, relativ viele Leute im Raum. Und fand ich eigentlich ne mega coole Idee. Ich hab leider den Namen dieses Lehrers vergessen. Damals unser Erdkundelehrer. Und der hat gesagt, ey, über die Jahre kommt es immer wieder vor, dass hier Leute rauskommen und ich nachher merke, ey, wir haben Themen verpasst. Welche Themen haben ihn hier gefehlt? Und das fand ich mega coole Idee, zu sagen am Ende als Lehrer, ey, gebt mir mal Feedback. Was hat euch gefehlt? Das hat aber auch unser Geschichtslehrer damals gemacht. Und da hat auch irgendjemand zum Beispiel gesagt, ey, Mongolei. So, hätte ich gerne mehr drüber gelernt. Mega coole Idee. Einfach zu sagen, hey, so. So, jedenfalls saßen wir dann in diesem Raum und die Idee war halt zu sagen, ey, was haben wir hier nicht gelernt. So, dann, oh Mann, ey. Meldet sich halt ne junge Dame. So. Nach ein paar anderen Fragen. Und die Fragen waren halt, war halt nie Fragen. Das war halt wirklich so, hey, ich fand's super schade, dass wir wirklich wenig über chinesische Geschichte gelernt haben. Oder ich hätte irgendwie gerne mehr über tektonische Platten gelernt. So, ich hätte irgendwie gerne mal erfahren, warum gibt's in Europa keine Erdbeben oder irgendwas woanders. So Themen, die halt einfach nicht so doll stattgefunden haben. Sondern meldet sich halt und sagt so, ähm, es gibt da was, das hab ich mich schon immer gefragt. Ähm, zischt das eigentlich, wenn die Sonne im Meer untergeht? Da ist halt so Stille im Raum. So. Und man will ja auch nicht lachen, so. Weil man halt denkt, ja, das ist vielleicht jetzt so der Moment, um diese Frage zu stellen. Aber ich weiß, dass unser Lehrer damals, also er steht halt so und guckt. Und guckt und guckt und es ist so 15 Sekunden Stille. Und dann geht er einfach raus. Er ist einfach rausgegangen. Und ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Er ist einfach rausgegangen und ist auch nicht wiedergekommen. Die hat hoffentlich getrollt. Nee, die hat nicht getrollt, leider. Und da muss ich im Nachhinein, das tut mir voll leid, so. Das ist natürlich auch irgendwie, auch wieder dem geschuldet, dass sie diese Frage vielleicht nie irgendwo stellen durfte oder so. Und die war auch, weiß Gott, nicht grundsätzlich blöd oder so. Das ist nicht, was ich sagen will. Aber das war das erste Mal, dass ich so diesen Spruch entfallen, weil ich dachte, das ist schon irgendwie eine dumme Frage. So. In dem Kontext. Und das liegt nicht daran, dass per se die Frage dumm ist. Und da stimme ich zu. Fragen sind per se nicht dumm. Aber Kontext. Und in dem Kontext, haben wir heute ja auch als Thema, ist diese Frage vielleicht dann doch nicht ganz so pfiffig. Ist vielleicht nicht die pfiffigste Frage, die ich je gehört habe. Wenn man nach 10 Jahren Schule, in denen Erdkunde auch ein wichtiger Teil war und Physik so, ob es eigentlich zischt, wenn die Sonne im Meer untergeht. Aber sie weiß es ja nicht, deswegen ist es ja dumm, nicht zu fragen. Stimme ich dir zu. War halt auch so, aber ihr wisst, was ich meine. Oder mein, der erste Impuls, den man hat, ist, boah ey, das ist wirklich eine doofe Frage. Im zweiten muss man aber denken, ey, vielleicht hat sie sich jetzt seit 5 Jahren nicht getraut, diese Frage zu stellen und niemand hat es ihr mal erklärt. So. Das ist wie diese Klassikerfrage, warum ist der Himmel blau? So, das wissen die meisten mittlerweile, aber wenn das jemand fragt, so, dann ist das, das ist eine Frage, die ein Kind stellt. Aber manche Erwachsenen werden die Antwort auch nicht so richtig wissen. Weil sie auch nie gefragt haben und jemand ihnen eine vernünftige Antwort gegeben hat. So. Aber wichtig ist, so zischt es denn nun. Das kommt darauf an, ob das Meer Kohlensäure hat. Wenn es zum Beispiel gerade ein Erdbeben war, dann ist das Meer natürlich gerade geschüttelt worden und viel Kohlensäure ist raus. Das dauert ja einen Moment, bis die Kohlensäure wieder nachkommt. Also es zischt nur, wenn da Kohlensäure drin ist aktuell. Bis zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal.